Hi bei MobileCheck. Heute geht es um das Smartphone, mit dem Lenovo versucht, zum einen ein Smartphone anzubieten, das dem Trend des rahmenlosen Displays folgt, ein super Design hat, die beste Hardware in sich trägt und zu guter Letzt noch ein Top-Preis-Leistungsverhältnis bietet. Ob sie wirklich das alles mit dem Sook Edge, das wir hier vor uns haben, geschafft haben, das sehen wir jetzt. Also, los geht's mit dem Review. Hier haben wir es also vor uns. Und wie sieht es erstmal aus? An sich sieht es doch relativ schick aus, wenn auch relativ langweilig. Wenn dann nicht die tatsächlich dünnen Displayränder wären, aber zu denen kommen wir gleich noch. Erstmal, das Gerät ist aufgebaut, mit vorne Glas, hinten Glas, dazwischen Aluminium, wie man es aber mittlerweile schon tausendmal bei Smartphones gesehen hat. Aber man ging erfreulich spärlich mit Logos um. Das heißt, auf der Vorderseite haben wir gar kein Logo und auf der Hinterseite nur sehr dezent. Und das begrüße ich doch immer. Aber nun zur namensgebenden Vorderseite. Denn das Edge im Namen steht hier für ein Display, das von Ecke zu Ecke geht und nicht curved ist, wie bei einem Samsung. Und das ist ihnen auch wirklich gut gelungen. Die Displayränder sind wirklich schmal und das Gerät ist wirklich, wirklich handlich für ein Smartphone mit 5,5 Zoll. Aber was mein Auge stört, ist eben, dass die Displayränder oben und unten nicht gleich dick sind und somit die Symmetrie durchbrochen ist. Oben haben wir einen Displayrand, der ähnlich dick dem Galaxy S8 ist, aber der untere ist ein wenig dicker. Immerhin haben wir hier aber einen Fingerabdrucksensor verbaut. Dieser ist zuverlässig, nicht der allerschnellste, aber hat noch Features, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und nur noch kurz ein kleiner Rundgang. An der rechten Seite haben wir die Lautstärkewippe und einen An- und Ausknopf und beide Tasten haben leider einen schwammigen Druckpunkt. An der linken Seite haben wir den SIM-Schacht und auch dieser hat es nicht die beste Qualität. Dieser wackelt doch ziemlich stark hin und her. An der unteren Seite haben wir dann den Lautsprecher, der zwar laut, aber vom Klang eher durchschnittlich ist. In der Mitte haben wir einen USB-C-Anschluss und links daneben den 3,5 mm Klinkenanschluss. An der Rückseite haben wir dann die Kamera, einen LED-Blitz und darunter etwas, das optisch kaputt aussieht, also nicht ganz so schön und das ist der Herzschlagmesser. Und nun weiter an das Eingemachte. Kann das Display auch neben den schmalen Displayrändern sonst noch überzeugen? Wir haben hier wie gesagt 5,5 Zoll, es ist ein LCD-IPS-Display und bietet eine Auflösung von Full HD. Das spricht erstmal für ein relativ gutes Bild. Es ist auch relativ gut, aber eben nicht viel mehr. Die Schärfe stimmt zwar, aber die Farben, Kontraste und Blickwinkel sind nicht die besten. Hier fehlt eindeutig der Wow-Effekt. Alles wirkt nicht so lebendig, wie man es von anderen Top-Geräten her kennt. Und des Weiteren hat das Display noch eine Eigenart, die es aus der Masse hervorstechen lässt, neben den Displayrändern. Und zwar ist das Panel sehr langsam. Bei schnellen Bewegungen, wie zum Beispiel Wischbewegungen, verschwimmt das Bild. Das ist schwer zu zeigen, schwer zu beschreiben, aber es fällt auf, wenn man es mit anderen Top-Geräten vergleicht. Man kann sich zwar dran gewöhnen, aber toll ist das bestimmt nicht. Das Display ist also insgesamt durchwachsen. Es macht uns nicht so viel Spaß. Es ist ein wenig seltsam, wie gesagt, bei Geschwindigkeiten, bei schnellen Bewegungen. Bei Kontrasten ist es nicht so geil, aber mit den schmalen Displayrändern macht es doch einiges wieder weh. Eben so durchwachsen sieht es mit der Software aus, als mit dem, was sich auf dem Display abspielt. Wir haben hier zwar Android 7, aber es ist überzogen mit der ZUI 2.5. Diese sieht an sich eigentlich okay aus, hat auch kleine Features, wie zum Beispiel durch einen Doppelklick in die Kamera zu kommen, aber merkt, dass das Ganze nicht sehr ausgereift ist, vor allem beim Design. Da wäre zum einen der nicht konsequent durchgezogene Unschärfe-Effekt. Ich meine, mal ist der Hintergrund verschwommen, wie zum Beispiel wenn man einen Ordner öffnet, mal wird er einfach nur dunkler, mal verändert er sich gar nicht. Das ist sehr eigenartig und nicht gerade konsequent. Und zum anderen muss ich euch das Design vom Lockscreen und Wallpaper zeigen, das standardmäßig eingestellt ist. Denn wer hat sich sowas ausgedacht, dass das Wallpaper im Lockscreen nur ein kleines Fenster ist und auf den normalen Seiten so sehr verwaschen ist, dass man gar nichts mehr von dem Bild erkennt. Zum Glück aber lässt sich dieser Effekt ausschalten, aber dies erzeugt nicht gerade vom Geschmack der Designer. Zusätzlich ist die Performance als Software nicht gerade die beste, aber dazu komme ich jetzt gleich. Und durch die Software navigiert, wird er ausschließlich mit dem Fingerabdrucksensor. Bei einer kurzen Berührung kommt ihr einen Schritt zurück, bei einer langen Berührung kommt ihr Home und bei einem Wisch über den Fingerabdrucksensor öffnet ihr die zuletzt geöffneten Apps. Und zuletzt dann auch angemerkt, dass die Software nur in Englisch oder Chinesisch zur Verfügung steht. Erstmal, was steht denn für die Performance zur Verfügung? Wir haben hier einen Snapdragon 821 mit wahlweise 4 oder 6 GB RAM. Das klingt erstmal sehr gut und läuft auch in Spielen und in Apps wirklich, wirklich gut. Hier gibt es keinen Haken, hier gibt es keinen Ruckeln, alles läuft wie man es sich wünscht. Aber in der Software, wie gesagt, wird das Ganze ausgebremst. Das zeigt zum Beispiel in der Galerie. Ich meine, wie kann es heutzutage noch mit einem solchen Prozessor sein, dass die Bilder in der Galerie immer nachladen müssen und das auch nicht gerade schnell. Das soll es heutzutage beim Oberklassegerät nicht mehr geben. Insgesamt ist Performance also gut bis sehr gut, aber sie kann logischerweise nicht mithalten mit einem Snapdragon 835, wie er zum Beispiel im S8 steckt. Aber immerhin lässt er das Ganze ziemlich lange benutzen, denn der hier verbaute Akku hat 3100 mAh und liefert eine Screen-On-Time von 4-5 Stunden am Tag und das ist recht ordentlich. Wenn das Display runterdimmt, erreicht ihr sogar bis zu 6 Stunden. Zusätzlich unterstützt er noch Quick Charge 3.0, das heißt, ihr könnt den Akku schnell aufladen, wer dann doch mal schlapp macht. Und ist nun das Thema Kamera genauso aufräulich, zumindest mal haben wir hier 13 Megapixel und Videos kann das Ganze aufnehmen bis zu 4K. Das klingt okay, aber wir haben hier weder einen optischen Bildstabilisator noch eine offene Blende, denn die Blende hat hier nur f2.2. Das Ganze ergibt dann, dass bei gutem Licht die Ergebnisse der Fotos gut sind, die Farben sind gut, die Kontraste sind gut, aber bei Videos das Ganze schnell verwackelt und ebenso bei Lowlight das Ganze zu verschwimmen neigt. Außerdem neigt die Kamera sehr leicht zum Überbelichten, das heißt, die hellen Bereiche brennen euch gerne mal aus. Hier hilft zwar der HDR-Modus, aber dieser ist so langsam, dass auch dieser wiederum kaum Spaß macht zu benutzen. Und hier könnt ihr noch ein Bild davon machen, wie die Qualität der Frontkamera so ist und wie auch die Qualität des Mikrofons so ist. Immerhin gibt es aber ein klein wenig besonderes Feature und zwar könnt ihr bei einer Auflösung von 720p mit bis zu 960 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und das ist dann wirklich, wirklich langsam. Ebenso langsam dürfte euch der Speicher ausgehen, mehr oder weniger, denn wir haben hier 64 GB intern und dieser ist leider nicht erweiterbar. Wir haben hier bloß die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzuschieben. Und apropos SIM-Karten, das Gerät unterstützt zum Glück auch LTE-Band 20. Insgesamt kann ich also im Sook Edge sagen, es ist ein für diesen Preis gutes Smartphone. Für die Displaygröße ist es wirklich kompakt, das ist wirklich geil, aber das Design ist jetzt eher langweilig, genauso wie auch das Display an sich. Es ist jetzt kein Wow-Effekt, dass man denkt, das macht jetzt so Spaß, das Gerät anzuschauen, aber es ist gut, vor allem wie gesagt für den Preis. Wenn ihr in der englischen Sprache mächtig seid, kann ich das Gerät wirklich empfehlen für diesen Preis. Wo ihr das Gerät bekommt, könnt ihr in der Videobeschreibung nachschauen, denn das ist bei Trading Shenzhen zum Beispiel, von dem ihr das Gerät auch testweise zur Verfügung gestellt bekommen. Dankeschön hierfür. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei Mobile Check und Tschüss. Bis dahin bei Mobile Check und Tschüss.